Wir hoffen wieder, dass wir ein super Bergwetter haben und nachher steigt das Bergswellen und danach Berge fehlt und auf geht's. Wir haben heuer drei Kategorien. Wir haben heuer die Einzel, wie gehabt, Frauen und Männer, dann die Zwar-Staffel, immer alle Frauen und Männer, auch Mixed und danach noch die Dreierstaffel, das heisst, hau ich bis auf den Barzen und dann von der Barzen um die Pämmer und dann auch auf den Horn. Zu dritt ist es auch machbar und dann ist die Kollegenschaft, viele trainieren auch miteinander und sagen, das machen wir zu dritt und dann trinken wir vielleicht noch ein Glas und teiern eine Gnadezeit. Die Zeit ist bei uns nicht das Wichtigste, wenn man sich die Leute so kommen, noch ins Ziel, wie sie alle glücklich sind und zufrieden und dann passt das alles. Die Zeit ist eingestellt, wie sie alle glücklich sind und zufrieden und dann passt das zusammen. Die Zeit ist die Welt. Untertitelung des ZDF, 2020